Sie wollen Ihre Bildverarbeitungsanwendung schneller umsetzen? Matrox Design Assistant ist eine Entwicklungsumgebung, die es erlaubt, Vision-Applikationen schnell und einfach zu entwickeln und auf jeder beliebigen PC-Plattform auszuführen. Anstelle klassischer Programmierung in Hochsprache wird ein Flussdiagramm aufgebaut. Aus einer Toolbox mit fertigen Aktionsblöcken wird das Flussdiagramm Schritt für Schritt aufgebaut und konfiguriert. Die Toolbox umfasst alles. Bildverarbeitung und Auswertung, Kommunikation, Ablaufkontrolle und I.O.-Handling. Für besondere Anwendungsfälle ist sogar die Entwicklung eigener Aktionsblöcke in C-Sharp möglich. Matrox Design Assistant stellt zahlreiche praxisbewährte Bildverarbeitungstools zur Verfügung, unter anderem zur Objekterkennung, Finden und Vermessen von Merkmalen, Lesen von Zeichenketten, Erkennen von ein- und zweidimensionalen Codes sowie genereller Bildvorverarbeitung. Der Matrox Design Assistant basiert auf MIL, der Matrox Imaging Library, die sich seit über 20 Jahren weltweit in allen Anwendungsgebieten bewährt. Ein kundenspezifisches User Interface für die Applikation wird mit dem integrierten grafischen HTML-Editor entwickelt. Das webbasierte User Interface kann auf jedem PC mit dem Internet Explorer angezeigt werden. Zusätzliche Software wird nicht installiert. Anwendungen mit dem Design Assistant zu entwickeln, ist kinderleicht. Durch seine vollständige Hardwareunabhängigkeit können, je nach Bedarf an Rechenleistung, beliebige PCs mit GigE oder USB3 Vision Kameras verwendet werden. Auch eine Matrox Smart Camera kann Design Assistant Projekte ausführen. Das vereinfacht Installation, Integration und Inbetriebnahme, da ein PC nicht mehr benötigt wird. Ein Matrox Embedded Bildverarbeitungs-PC bietet hohe Rechenleistung und ist perfekt geeignet für Multikamera-Anwendungen. Außerdem fühlt er sich in rauen, industriellen Umgebungen am wohlsten. Matrox Design Assistant erlaubt den direkten Anschluss und die direkte Kommunikation mit industriellen Steuerungen über Ethernet-IP, Modbus und ProfiNet. Mit den nativen Roboter-Interfaces werden Robot-Controller verschiedener Hersteller direkt angesprochen. 2D-Robotik-Anwendungen werden so schnell und einfach umgesetzt. Natürlich arbeitet das fertige Design Assistant-Projekt mit Produktionssystemen über TCP-IP zusammen. Auch die industriellen Real-Time-IO-Schnittstellen der Matrox-Hardware wie Smart-Kameras und Bildverarbeitungs-PCs werden direkt angesprochen. Der Matrox Design Assistant ist das effiziente Entwicklungstool für Vision-Anwendungen in den Bereichen Automobilherstellung, Qualitätssicherung in allen Produktionsprozessen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Herstellung medizinischer Geräte, Logistik, pharmazeutische Produktion, Elektronikproduktion, Halbleiter und vielen mehr. Sie wollen mehr erfahren? Besuchen Sie die Webseiten von Matrox Imaging.